Norddeutscher Rundfunk 2021 Wir fahren jetzt ans Meer. Dann erzähle ich euch eine Geschichte, die mein Leben ... ... vielleicht entschieden hat. Meine Mutter ist damals hierher gekommen, weil ich war in ihrem Bauch, sie war schwanger. Das war eine Gefahr. Sie sollte das Kind verlieren, sie sollte nicht auf die Welt kommen. Das wäre in Ostdeutschland geworden, frage ich mich. Dann ist sie hergekommen und sie sollte sieben Wellen abkriegen. Weil der heilige Georg hier irgendwann mal in dieser Area, glaube ich, im Wasser war, sagt man. Seid nach Hidr heißt er. Und ich wurde dann nach dem heiligen Georg den Hidr genannt. So, dann ist meine Mutter hergekommen. Hat sich hingesetzt ins Wasser und hat sie immer die Welle abbekommen. Die Dokumentation über Akita Rauharnan, oder was? Was mir am meisten imponiert, dass er unglaublich angstfrei ist. Ich mache mir meinen Kopf so einen Takt davor, ich sage, fuck, wie spiele ich das morgen? Ich bin da echt nicht mehr nervös, das ist schon besser geworden. Aber ich bin da immer noch, ich habe so eine innere Nervosität. Und ich sage, okay, ich muss da morgen performen. Und Akita geht hin und hat so eine Angstfreiheit, die unglaublich ist. Das finde ich das Stärkste. Er geht hin und er scheißt auf alles. Ich weiß nicht, woran es liegt. Entweder er ist so von sich überzeugt, oder ihm ist es wirklich einfach scheißegal. Ich glaube, ich habe sehr viel Angst und versuche sie zu ignorieren. Weißt du, was ich meine? Wenn du Angst repräsentierst, kannst du niemals in jeder Art und Weise weiterkommen. Jeder Mensch hat Angst in sich, auf eine Art und Weise. Aber du darfst diese Angst nicht zur Angst werden lassen für dich. Du musst mit der kämpfen, wie bei so einem Tischtennspiel, du musst das zurückschlagen. Das ist das Wichtige, Bruder. Wir haben uns für Deutschland entschieden, weil mein Onkel ja schon hier war. Wir hätten auch nach Australien, da hatten wir ein Visum gehabt. Das kriegst du schon mit, dass du dich auf einmal verabschieden musst. Wenn der Krieg weitergeht, denkst du dir, okay, dann haben wir eine Sicherheit, dass wir nicht abgeschoben werden. Aber wer will denn Krieg? Kein Mensch will Krieg. Als Kinder denkst du halt anders, ja. Wenn noch ein bisschen Krieg ist, dann können wir noch ein bisschen hierbleiben. Guck mal, wir sind relativ behütet aufgewachsen. Ich habe mich das echt öfter gefragt. Wir kennen uns schon länger. Kann man dann, kann man überhaupt gegen jemanden wie dich irgendwie eine Chance haben? Na klar, was bin ich denn, Bruder? Ich sage meine Meinung und wenn ich laut bin, jeder der mich kennt, weiß nach fünf Minuten, das ist wieder alles in Ordnung bei mir. Bruder, ich will nicht mehr diskutieren, Bruder. Ich habe dir gesagt, nimm die Kamera in die Hand, dann nimm sie doch irgendwann in die Hand. Hör mal nochmal, bin ich so ein Bastard, dass keiner auf mich hört oder was? Dann nimm doch die Scheiße auf die Hand. Dieses Dissen, warum? Warum immer drauf? Das hat mit diesem hohen Niedrigstatus zu tun, oder? Warum? Ich sag dir warum. Das hat was damit zu tun, hat mir ein Analytiker gesagt, dass ich im Krieg geboren bin und dann bist du immer dein Leben lang in Bälle. Das ist genetisch veranlagt, glaube ich. So, danke. Asbest war das geilste Team, ja. Und einmal bitte für meinen Bruder, mit dem ich mich jeden Tag gestritten habe, aber ich liebe ihn. Hier ist meine Oma Schule gewesen. In meiner Zeit war ja auch eine Bank, ja. Und auf der Bank durften nur Leute sitzen, die was zu sagen haben und so. Und ich war in der siebten Klasse und saß dann schon mit den Zehnklässlern hier, weil ich schon was zu sagen hatte. Also er hatte halt diesen Bezug zu den, zu der Gang, die wir hier in Kreuzberg hatten. Das waren die 36ers, die Älteren. Dann die 36 Boys, das war so mein Alter. Und dann zwei, drei Jahre jünger Kida. Und das bedeutete schon mal, dass das ein Abheben aus der Masse war. Also das bedeutet, er war jemand, der eine gewisse innere Kraft hatte. Er war halt in der Norlin-Ritze, glaube ich, ein Star. Dieser Habitus, will ich nicht vergessen, saß so da breitbeinig. Alle so hörten zu, was der Regisseur zu sagen hatte. Und Kida hat sich da überhaupt an gar keine Regel gehalten. Er hatte geredet, wann er wollte. Und da hat man schon gemerkt, der Typ findet gerade oder hat bereits seinen Weg fürs Leben gefunden. Und das war damals schon deutlich sichtbar. Und ich glaube, daher kommt einfach auch dieses Set los. Er hat selber dann gesagt, also da will ich nicht wirklich voll mit dazugehören, weil das für mich einfach bedeutet, dann muss ich halt auch performen. Was wiederum bedeuten kann, dass ich Papa Ärger mache. Und dem war das ja wirklich wichtig, sich auch zu integrieren in Deutschland. Und der war ja super fleißig, hat das Steakhouse gehabt. Hier war der Laden. Ganz anders sieht der jetzt aus. Ist gerade echt schön, wieder hier zu sein. Hier habe ich meine ersten Schauspielstunden gehabt, Bruder. Wenn ich am Tisch war und mit den Leuten, wenn sie eine kleine Cola wollten, habe ich denen eine große Cola verkauft. Oder wenn sie ein kleines Steak wollten, haben sie sich ein großes Steak verkauft. Das war mein erstes Schauspielleben. Nicht die Ernst Busch, nicht die Falkenberg, sondern das Steakhouse Barbecue war mein erster Schauspielkurs. Kida habe ich auf einer Reise kennengelernt. Ich habe ihn gesehen und habe gesagt, was ist das denn für ein Typ? So etwas habe ich noch nie gesehen. Mit seiner großen Nase. Er war super dünn. Er war dünner als ich. Und ich habe gesagt, Kida, du wirst in meinem Film mitspielen, wenn ich einen drehe. Und das hat sich so in seinen Kopf eingebrannt. Das war so wie ein Inception. Er hat mich fünf Jahre lang terrorisiert. Ich habe mit Dingen am Kämpfen gehabt. Natürlich wie eine Finanzierung, ein Drehbuch, bla bla. Lauter Absagen. Und er immer wieder, wann machen wir denn? Wann fangen wir denn an? Eigentlich hat man damals diese Kids als Problemfälle abgestempelt. Ja. Zu taugen nichts. Aber er war einfach für den Showbusiness gemacht. Er wusste es nur noch nicht. Wenn du nicht selbstbewusst bist und Schauspieler sein willst und Filmemacher, dann wirst du niemals ein guter Film machen, wenn du nicht diese Selbstbewusstsein hast. Dieses Mohammed Ali Klai denken, ich bin der Beste. Du musst das im Kopf haben, Bruder. Das hat ein Ronaldo, das hat ein Messi, das hat ein Tupac gehabt, das hat ein Robert De Niro. Wenn du nicht diese Einstellung hast, hast du der Beste. Dann bleibst du immer dieses Waisenkind und stellst dich in die Ecke und fängst an zu heulen, Bruder. Du musst diesen Gedanken im Kopf haben. Du musst in deinen Raum reingehen und du musst dafür sorgen, dass dieser Raum voll ist mit dir. Und nicht voll ist mit denen. Deswegen kein Bonnier und kein Moskowitsch und kein Stefan Arndt, kann mir Angst machen, Bruder. Weißt du, wer mir Angst machen kann? Finanzamt. Ohne eine gesunde Portion krankhaften Narzissmus gäbe es ganz vieles nicht, über das wir uns sehr zu freuen haben. Auch viele große Werke, Film, Kino, Literatur, Sinfonien und dergleichen. Das ist die ewige Sehnsucht nach Gutsein und Applaus, die in uns allen drin ist und in denen, die ihn entbehrt haben, an ganz früher Stelle noch viel mehr. Es gibt das unglückliche Kind, das davon sehr viel braucht, weil es nicht erfahren hat, gut zu sein, ohne leisten zu müssen. Auch wenn man sie nicht erfahren hat. Eine weiter Schmerzen. Du hast die Streit. Du kannst dich nicht schmerzen, ohne auf. Der Plan ist das Herz. Oder auf, was du hatten, würde auf. Und wir haben die Summe, die planeta in der fuckinas Weise. Und wir haben die Zeit. Das ist die Zeit. Wir haben uns auch noch ein welded. Untertitelung des ZDF, 2020